Hallo der Beutel hier, willkommen zurück zu Walheim, liebe Leute, schön, dass ihr wieder reinschaltet. Ja, heute ist es soweit, heute wollen wir uns die Drachenmutti mal vornehmen. Ich habe auch schon ein bisschen was vorbereitet, was wir allerdings noch machen müssen, sind Giftpfeile herstellen. Ihr hattet mir geschrieben, mit Giftpfeilen läuft es wohl ziemlich gut bei der Drachenmutti. Ich habe hier nochmal Eisen durchlaufen lassen, ich habe nochmal zwei riesen Silberminen klar gemacht und ich habe sogar geangelt. Ich habe gerade ein bisschen Zeit, weil ich halt sturmfrei habe, Leute, deswegen konnte ich so viel quasi farmen. Aber mit dem Fisch ist das so eine Sache, irgendwas fehlt mir anscheinend noch, dass ich ein besseres Fischblut machen kann. Egal, kommen wir erstmal klar mit Zwiebelsuppe und was haben wir hier, Schlangeintopf und Augencreme. Hier seht ihr schon, ich habe nochmal eine komplette Wolfsrüstung. Was wollte ich jetzt? Obsidian. Obsidian ist hier irgendwo da. So, dann stellen wir uns mal Giftpfeile her. Ich hoffe, wir haben hier alles da, was da noch fehlt. Giftpfeile, da haben wir es. Genau, super. Weiß ich nicht, machen wir mal 100 Stück oder so. Ich habe keine Ahnung, ob die Drachenmutti, ob da auch was seit dem Update gemacht wurde. Ich nehme mal an, ja. Ich nehme mal an, die ist auch schwerer geworden. Werden wir sehen. Jedenfalls sind wir gut vorbereitet. Wartet mal, habe ich hier noch einen Gesundheitstrank vorbereitet? Ne, hier ist nichts drin, ne? Leer, leer, scheiße. Sind hier noch welche irgendwo? Hier ist nichts. Äh, ne. Egal, dann müssen wir mit diesen klarkommen. Wir werden sie uns vielleicht, wartet mal, wir nehmen mal noch... Wie viel haben wir hier? Sechse. Wir haben hier noch einen großen. Nimm den mal mit. Haben wir hier noch einen? Hier ist noch ein großer. Dann hätten wir acht. Die können wir natürlich jetzt teilen. Ja, Leute. Dann würde ich sagen... Schwert haben wir einstecken. Wir gehen mal, äh, ins Drachenhaus. Achso, die Eier brauchen wir noch. Wartet mal, wo haben wir denn die Eier? Die wiegen ganz schön viel, ne? Wartet mal, wir... Ja, wir nehmen eins mit. Oder vielleicht können wir auch zwei tragen. Ähm, tierisch. Ne, hier war es nett. Da sind sie. Du trägst zu viel. Okay, dann lass mal eins da. Dann müssen wir halt nochmal herkommen. Die Folge wird, denke ich mal, heute kurz. Es sei denn, der Kampf dauert ewig. Ich weiß gar nicht mehr, in der ersten Staffel haben wir das eigentlich recht schnell hinbekommen. So, Reise müsste es sein. Ich werde die Portale später auch noch umbenennt. Ähm. Dass wir... Dass wir hier nicht immer so komische Begriffe haben wie Reise und sowas. So passt man auf. Dann machen wir hier in die Kiste erstmal die komplette Rüstung. Die andere habe ich noch zu Hause. Dann legen wir hier das Einai. Das Einai. Achso, dann muss ich ja das wieder wegnehmen. Egal, wir sind ja hier im Gebirge. Wir finden ja... Oh, wir hatten ja diese schöne Kerze hingebaut. Wir finden ja was. Ach, und ihr hattet geschrieben, ich soll mal von den Horn of Celebration trinken. Das soll aber ziemlich lustig sein. Machen wir vielleicht heute noch im Abschluss. Wenn wir hier die Drachenmutti erledigt haben. So, passt auf. Wir teilen. Äh, so. Passt auf. Einmal fünf. 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 Wieso habe ich in diesem blöden Scheiß noch einstecken? Egal. Äh, wir haben die Pfeile. Achso. Wäre vielleicht schlau, auch die nochmal Pfeile mitzunehmen. Genau. So passt auf. Das hier ausziehen. Das legen wir auch hier rein. Zack, zack, zack. Da haben wir alles. Die Klauen lassen wir auch hier. Ähm, genau. Dann gehen wir nochmal zurück. Holen noch das letzte Ei. Ziehen die andere Rüstung an. Und was wollten wir noch? Nochmal Giftpfeile. Nochmal 100 Stück herstellen. Ne? Macht Sinn. Falls wir irgendwie sterben. Dass wir da gleich optimal vorbereitet sind. Die Tränke müssen wir noch teilen. Ja. Alles klar, Leute. Wir kriegen das alles hin. Wir kriegen das alles hin. So. Dann zieh dich mal an. Äh, was war es hier? Wir haben das. Wir haben Wolfsbrustschutz. Genau. Haben wir doch alles. Mehr brauchen wir doch gar nicht. So, super. Hier haben wir zur Not noch eine Keule. Ach, guckt mal. Hier sind auch noch 51 Giftpfeile. Nimm die mal mit. Müssen wir nochmal Obsidian holen? Gar kein Problem. Problem. So. Obsidian. Obsidian haben wir jetzt einen Haufen. Das ist echt klasse. So. Ah, haben wir Giftpfeile. So. Die 91 sollten reichen. Jetzt hau ich aber das Obsidian mal schnell hier rein. Okay. Ach ja, das Ei noch. Ne, wartet. Wo ist das Ei? Da ist das Ei. Im Lagea. Zack. Okay. Dann haben wir alles. Dann können wir starten, Leute. Wie gesagt, wird vielleicht heute eine etwas kürzere Folge. Kommt mir aber auch ganz zurecht. Ich habe gerade echt so viel Stress, Leute. Es tut mir leid, dass ich mich da in den Folgen immer so kurz halten muss. Und dann habe ich jetzt auch noch seit gestern irgendwie richtig ekelhafte Markenprobleme. Deswegen gibt es bei mir Kamillentee. Aber ich wollte euch ja wenigstens heute etwas bieten. Deswegen ist das okay. So passt auf. Erst mal die 91 Pfeile hier rein. Dann lassen wir die mal hier. Dass wir nicht so schwer sind. Kriege ich das zweite Ei? Nein, da trage ich zu viel. Ja, okay. Dann müssen wir das Einzelnen runter schleppen. Das ist gar kein Ding. Jetzt können wir ja schon mal Essen konsumieren. Wie ist denn das? Ist es hier besser Eigtier oder besser? Na gut, wenn ihr mir das jetzt in den Kommentaren beantwortet, ist es wahrscheinlich zu spät. So, ich muss mal ganz kurz die Tränke raushauen. Das war Steuerung, Linksklick. Genau. So, dann kannst du es wieder aufheben. Und jetzt können wir sie nämlich auch teilen. Äh, Giftwiderstand ist egal. Brauchen wir nicht. Aber die hier teilen, genau. Und das hier. So, dann sind wir gut vorbereitet. Wir legen schon mal das erste Ei. Das erste Ei. Ja, ich habe ja immer noch nicht die Dinger abgebaut. Aber wer weiß, vielleicht baue ich mir hier noch irgendwas Schönes. Wartet mal. Wo ist denn? Ne, 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 ne. Jetzt bist du ja völlig falsch. Da ist unsere Hütte, dann muss es hier sein. Das sieht schon geil aus, die Drachenhütte. Oh, warte mal. Großer. Ich bin doch gar nicht bereit für dich. Ja, ja, ja. Bleiben Sie ruhig. Sie werden gleich bedient. Ähm. Hä, bin ich denn jetzt doof? Ist das jetzt weg? Wundern wird es mich nicht. Weihnachtsbaum ist ja auch weg. Hä, Leute? Wo ist denn die scheiß Drachenmutti jetzt auf einmal hin? Da haben die doch von oben immer gesehen. Von unserem Haus. Die ist weg. Ich werde bescheuert, Leute. Pack mal das Schild weg, da kann es doch besser laufen. Jetzt muss ich aber nochmal. Na komm, mache dich hoch. Oder war das hier hinten raus? Nö. Da, da ist es. Meine Güte. Ich dachte schon, ich bin bescheuert. So. Da kommt erstmal, äh, Ei, nei. Und dann gucken wir, dass hier keine anderen bösartigen Gegner sind. Ich habe ja auch schon coole Videos gesehen. Seht ihr, da ist, äh, du wirst gejagt. Was soll das jetzt schon wieder? Ich möchte nicht gejagt werden. Das ist wieder so typisch, ja. Du willst einen Bossfight machen. Und dann werde ich gejagt. Mensch, euch hätte ich mal gebrauchen können, als ich so viel Wolfsfallmangel hatte. Alter, von hinten ist scheiße. Okay, ich bin gestorben. Ja, dieses Event kommt ja jetzt gerade mal praktisch. Jetzt sind nämlich meine Stats wieder runtergesetzt. Das ist echt scheiße, Leute. Das ist richtig scheiße. Ah. Also ihr wisst schon, meine Skillung ist jetzt, äh, ist jetzt unten. Aber ich muss mir auch, glaube ich, gleich mal was ausziehen. Ist das Event aber jetzt vorbei? Ja. Tolle Wurst. Echt. So eine tolle Wurst. Wo müssen wir denn hin? Das ist wieder so typisch. Ich will einfach nur einen Bossfight machen, ja. Und dann passiert so eine Scheiße. Naja. Deswegen sind wir ja auch hier, um ein bisschen Spaß zu haben. Und das war ja jetzt nur wirklich lustig. So, jetzt fangen wir hier noch an zu frieren. Nein, ich werde immer noch gejagt. Äh, nee, oder? Ich habe keine Waffe, Leute. Ah! Mann, ey! Oh, jetzt bin ich aber erschrocken. Die Akt ist vorbei. Ja, danke, liebes Spiel. Jetzt, jetzt nimmt der Wolf noch meine Hütte auseinander. Oh, so eine Scheiße, Leute. Ich werde noch bescheuert. Wie kann denn immer so eine Kacke mir passieren? Hier, dann nimm wenigstens die Keule mit. Oh, Mann, ey. Ist doch nicht der Ernst. Sind die Wölfe jetzt aus meiner Hütte raus? Oh, ich hoffe, Leute. Ich hoffe. Hm. Wenn nicht, gehen wir gleich wieder zurück. Ist hier ein Wolf? Ja, komm, hüpf drüber. Mach die Scheiße zu. Oh, Leute. Gegenstände geborgen. So. Setz mal auf den Mist. Wie kann denn immer nur so ein Blödsinn passieren? Okay. Jetzt gehen wir noch unsere andere Leiche looten. Weißt du, noch nicht mal Bossfight und schon 30 Leichen hier von uns. Tösslich. Ich könnte mich weghauen. Oh, nein. Da sind noch Wölfe. Scheiße. Okay. Boah, das ist so dumm. Was hab ich noch... Oh, nein. Jetzt hab ich... Ich hab keine Aus... Ey, Leute. Es ist nicht der Ernst. Jetzt ist der noch so... Nein, 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 nein. Aktiviert doch mal die Scheißkraft. Oh, ey. Das kann doch alles nicht euer Ernst sein. Nein, 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 nein. Ich hab keine Gesundheit, Jungs. Lasst mich in Ruhe. Lasst mich in Ruhe. Lasst mich einfach in Ruhe. Oh, die Ausdauer. Die Ausdauer. Nein, 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 nein. Uh. Uh. Weg, weg, weg. Ah, schlag doch. Oh, Mann, ey. Da braucht die Tante wieder 50 Jahre, um einen Schlag zu... zu setzen. Oh, ey. Ich krieg hier gleich die Krise. Das kann doch jetzt nicht der Ernst sein, Leute. Ich komm hier nicht klar. Ich komm hier einfach nicht zu dem Bossfight. War einfach auch ein Mist passiert. Ich könnte so kotzen. Das kann doch ja. Fängst an zu frieren. Dann stell dich ans Feuer, dann frierst du auch nicht. Jetzt ist der Wolf wahrscheinlich immer noch da. Oh, ey. Ich krieg hier gleich die Krise. Ich krieg hier gleich wirklich die Krise, Leute. Da ist unsere Leiche. Wartet. Ich nehme jetzt... Du erfrierst. Ich nehme jetzt erst mal Essen. Das kann doch alles nicht wahr sein, ey. So, schnell rein. Zumachen die Bude. Sachen anziehen. Ach, ich könnte mich schon wieder totlachen. Okay. Jetzt gehen wir da runter. Verprügeln die Wölfe. Mann, 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 ey. Ne, falsche Richtung. Oh, da ist ja auch noch dieser Golem. So. So. Jetzt ist es vor allen Dingen auch schon 15.12 Uhr. Dann können wir gleich wieder schlafen gehen. Ich will doch nur meine Sachen wieder haben, Leute. So. Passt das alles rein? Alles nehmen. Ja. So. Dann setzen wir ein Ei rein. Die Folge dauert heute doch wieder länger. Okay. Dann gehen wir nochmal hoch. Holen die anderen zwei Eier. Dann machen wir den Steingolem weg. Weil wenn der noch irgendwie uns in der Quere rumhängt, das ist irgendwie dann suboptimal. So. Leg mal den Gürtel an. Du fühlst dich stärker. Das ist doch schön. Das ist doch schön. Mann, ey. Warum passieren mir immer solche Sachen? Ist euch sowas auch schon passiert, Leute? Ich glaube nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, manchmal werde ich für irgendwelche Dinge bestraft, die ich gar nicht getan habe. so, okay. Zack, zack, zack. Zack, zack. Vor allen Dingen haben wir jetzt schon einen Gesundheitstrank verschwendet für diesen Mist. So, bitte die Pfeile auswählen. Dann, die Gardine hier rüber, das Ei rüber, den Scheiß hier rüber. So, 23 Minuten ausgeruht. Übrigens, der Bade, das Badeding bringt doch Gemütlichkeit. Habt ihr mir geschrieben in den Kommentaren, wenn man dort Holz rein tut. Also, wenn man das Ding anzündet. Ist ja auch irgendwie logisch, ne? Achso, hätte ich jetzt noch das zweite Ei mitschleppen können? Egal. Gehen wir halt 50 Mal, ja. Ist doch gar kein Problem. Und am nächsten Morgen machen wir dann den Bossfight. Oh Mann, ey. So. Und das nächste Ei, dann noch den Steingolem verprügeln. Obwohl, das kann man eigentlich klein machen. Ja, aber der ist hier nicht in der Nähe, oder? Ich sehe ihn zumindest gerade nicht. Ach, ich glaube, wir müssen den Steingolem nicht verprügeln. Blöd ist halt wirklich, dass unser Fähigkeitsabzug, wie ist denn jetzt hier Fertigkeiten, ist natürlich jetzt hier einiges weg, weil wir in letzter Zeit auch so oft gestorben sind, ne? Naja. Was soll's? So, das letzte Ei. Genau. Höre zu. Nicht, dass die Wölfe kommen. Und dann gehen wir jetzt pennen. Dann haben wir Gemütlichkeit 16. Obwohl, ich will das mal mit dem Badezubau... Äh, heißt das so? Badeding sie ausprobieren. Wo war denn das Teil? Schatzkiste. Schatzkiste ist auch geil. Wo war denn das Teil? Ah ja, beim Möbel. So. Und jetzt braucht man Holz, sagtet ihr? Ne? Ne? Ja. Und wo stecke ich das jetzt rein? Können wir da gar nicht ran. Hä? Oh. Gebt doch mal den Mist auf. Ich baue das jetzt mal hier hin. Ah, von hinten. So, okay. Gemütlichkeit 16, ne? Und jetzt haben wir Gemütlichkeit 18. 25 Minuten. Ja, das ist geil. Das ist geil, Leute. Jetzt gehen wir pennen. Und jetzt kommt der Bossfight. Okay, Ofen ist noch okay. Oh, mir ist übelst warm. Vorhin habe ich gefroren, habe mir hier einen Ofen angemacht und habe aber viel zu viel reingehauen. Natürlich. Natürlich, Leute. Wenn wir einen Bossfight machen wollen, kommt erst mal ein Event, dass ich gejagt werde. Oder es ist einfach mal Schneesturm. Es ist doch nicht der Ernst. Es ist doch einfach nicht der Ernst. Okay. Ich mache einen Cut. Ne, hat sich erledigt. Ich wollte gerade einen Aufnahmekut machen. Das Ei haben wir, ne? Das Holz lassen wir hier. Das brauchen wir jetzt nun. Ah, was machst du, Spiel? War auf zu zuckeln. So, Bogen ist bereit. Ach, wie Idioten. Wir hätten noch einen zweiten Traugerbogen bauen sollen, ne? Egal, wir kriegen das jetzt hin. Wir haben halt nicht viel Gesundheit. Wir haben noch 138 Gesundheit mit unserem Food. Egal, wir schaffen das. Okay, da ist der Golem. Der ist hinter dem Felsen. Na, der kann uns mal, solange der uns jetzt nicht irgendwie bemerkt hat. So, Gesundheitstränke haben wir drei Stück. Ich bin gespannt, ob wir das schaffen mit dem ersten Try. Ich gebe mir Mühe, ja? So, Freunde. Wo ist denn das Scheiß? Wie? Ah, so. Ähm. Ich sehe nichts. Warte, ich spiele natürlich die Musik haben. Oh! Jetzt müsste man ein Ei... Oh, ich habe keine Ausdauer. Shitty. Mann, ey. Lass mich doch an dich ran. Ich habe halt keine Ausdauer, Leute. Okay, wir machen alles mit dem Bogen. Scheiß drauf. Ich muss kurz Heilung nehmen. Ich komme halt nicht ran. Ich würde halt irgendwie gerne mit dem Schmerz reintrechen. Treffe ich die überhaupt? Ja, die kriegt schon Schaden irgendwie. Jetzt fliegt sie doch. Mist. Oh, bleib doch stehen, du Dreckbähn. Aua, 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 aua. Oh, ich hänge hier fest. Jetzt. Ich treffe sie nicht. Ich treffe sie halt nicht. Warum denn? Was ist denn das? Sind das die Bäume? Oder was ist denn das? Hier, ich mache null Schaden. Scheiße, ich bin tot gleich. Ich mache halt keinen Schaden bei ihr. Nein, jetzt kommen ja noch andere Flugdrachen, glaube ich. Jetzt ist ja noch ein anderer Flugdrachen. Ach, Mann, ey. Wieso treffe ich die denn nicht? Ich verstehe den Scheiß nicht. Das macht keinen Spaß, Leute. Wirklich. Wirklich. Wieso ist denn mein Essen nicht hier drin? Oh, nee. Ich habe das Essen nicht geteilt. Ich bin so ein Vollidiot. Nein. Oh, was mache ich denn nur? Mann, ey. Weil mich diese Scheiße hier fertig macht. Ich Idiot. Ich habe kein Essen mir. Oh, nee. Oh, nee. Und meine Keule auch nicht. Nix. Oh, ey. Ich kriege die Macke. Ich kriege hier doch die Macke. Oh, Hilfe. Und ihr seht bestimmt gerade das Video und denkt euch. Ja, du triffst die nicht, weil du, was weiß ich, weil du dumm bist. Nee, warte. Wir brauchen hier. Haben wir hier noch irgendwelches Essen, Leute? Oh, Mann, ey. Hier ist einmal Rübe. Zwiebelsuppe. Und die Zwiebelsuppe ist nicht fertig, oder? Klangeneintopf, Augencreme. Wartet mal. Sind hier die Zwiebeln fertig? Nee. War so klar. Naja, dann machen wir es halt so. Witz ist ja nichts. Okay, wie ist der Plan? Wir müssen irgendwie hin und unsere Leiche looten. Und direkt drauf ballern. So. Na, mit der Gesundheit wird das aber nichts hier. So, dann machen wir es so. Wo ist sie? Da. Da ist unsere Leiche. Schnell hin. Ich hoffe, wir kommen ran. Okay. Gegenstände sind alle geborgen. Wo ist denn die? Ja, 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 ja. Da bist du. Du freust dich. Jetzt. Jetzt. Ich treffe sie halt nicht. Och. Oh, ich komme hier nicht weg. Ich hänge hier irgendwie in so einer scheiß Ritze fest. Ausdauer weg. Ausdauers weg. Au. Ich konnte nicht blocken, weil Ausdauer weg war. Und hör auf, hier Holz einzusammeln oder irgendwas. Man kommt halt nicht an die blöde Frau ran, ey. Ich rutsche hier ständig die ganze Zeit runter. Es ist doch zum Heulen. Oh ja, und auch noch Wölfe. Oh, ich kriege jetzt gleich eine Macke, ey. Mache dich doch jetzt hier hoch. Das kann doch echt nicht wahr sein. Okay, sieh's wieder unten. Ich versuche wieder ranzukommen. Ich komme nicht ran. Ich komme halt nicht ran. Der rutscht die ganze Zeit hier einfach nur runter. Oh, Mann, ey. Kannst du vergessen. Ich mache das jetzt alles mit dem Bogen. Das kannst du vergessen. Ja, komm, schieß doch mal. Wo schieß denn du hin, ey? Ey, das ist doch nicht wahr. Der schießt ja rückwärts. Was ist denn das? Ey, ich kriege ja echt einen Kotzanfall. Verliert die überhaupt irgendwie Gesundheit? Irgendwie bin ich von diesen Giftpfeilen überhaupt nicht überzeugt, Leute. Ich bitte mit euch, mit diesen Nadelfeilen ist man besser. Wartet, Freunde. Ich hole mir meine Nadelfeile. Macht die jetzt mein Haus kaputt? Fliegt die mir hinterher eigentlich? Weiß ich nicht. Ich hole mir mal die Nadelfeile. Ich habe zwar nur 20 Stück davon, aber ich bin hier echt von diesen Giftpfeilen nicht überzeugt. Zumal der Trauger Bogen ja an sich Gift macht. Inklusive Nadelfeile sollte doch hier was gehen, oder? Oh, ey. So, pack mal den Scheiß hier rüber. Brauchst du alles nicht. Leg das an. Wo sind denn die Nadelfeile? 26 Stück. Das ist jetzt nicht viel, ne? Wartet, ich hole nochmal welche. Das ist mir hier alles nicht. Die scheint ja auch die ganze Zeit aktiv zu bleiben. So, Nadelfeile. Wo könnte man sowas noch haben, Leute? Pack mal den Bogen weg. Also mit Schwert kannst du vergessen. Man kommt nicht ran. Oh ja, was ist das hier? Hier sind natürlich keine. Was braucht man dafür? Herstellen. Sorry, Leute, dass ich da so in, in, äh... in Rage bin, so, so aufgebracht bin. Aber das sind halt Dinge, die sind doch kacke. Wir haben nur noch zweimal Gesundheitstrank. Wartet mal. Wartet. Ich weiß, wo noch Gesundheit ist. Glaube ich zumindest. Ich hoffe, wir haben dort welche. Nee, das ist doch hier nicht... Projekt. Wir müssen ins Projekt rein. Ich krieg hier gleich die Krise. Es läuft alles einfach schief. Und ich dachte hier, die Folge ist heute nur 10 Minuten lang. Weil wir mal ganz schnell die Drachenmutti machen. Aber kannst du knicken, Alter. Du kommst überhaupt nicht mehr in den Nahkampf an die Drachenmutti ran. So, wartet. Ist hier was? Nee. Hier. Hier sind die dicken Tränke. Okay. 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 So, okay. Und hier wird immer wärmer. Okay. Ab rüber zur Reise. Noch schnell die Rüstung in die Truhe legen. Nicht, dass mit der Orgen was schief geht. Eieieiei. So, aufpassen. Also, das, 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 das. Dann hier einmal drei hier rüber. Das hier rüber. Den ganzen Scheiß rüber. Das ist ausgerüstet. Heule rüber. Äh, noch irgendwas? Nee, ne? Doch hier. Mach mal die Hälfte davon rein. Falls hier wieder irgendwas schief geht. Okay, Leute. Gehen wir's an. Nadelfeile sind ausgerüstet. Weiter geht's mit der Mutti. Guck mal. Die hat noch nicht mal zwei Drittel verloren. Gut, der war getroffen, oder? Was macht denn die jetzt? Hier, guckt mal. Die Dinger machen Schaden. Und die kriegt ja trotzdem Gift Schaden. Ja, damit kann man arbeiten. Also, nochmal danke für den Tipp mit den Giftpfeilen, aber ich komme einmal mit denen hier besser klar, ne? Was macht die jetzt da oben? Ich soll ja mein Haus in Ruhe lassen. So, ich versuch's nochmal mit Nahkampf. Kurz Ausdauertanken. Und drauf auf die Bude. Oh, fuck, 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 fuck. Ja, nimm halt deinen Bogen. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Okay, der ist da unten. Hier ist noch einer. Ja, die Pfeile sind wesentlich viel, viel besser, Leute. Und weil, wie gesagt, der Traugebogen an sich macht ja Gift. Giftschaden. Oh, lass dich doch treffen. Jetzt sitzt sie wieder. Was ist denn jetzt? Achso, Ausdauer fehlt. Ja, dann nimm halt hier so einen Ausdauertank. Okay, die Hälfte. Hälfte haben wir gleich geschafft, Leute. Kommt hier irgendwas? Nee. Okay, ich glaub, die hat sich festgepackt. Ist mir scheißegal. Wenn wir das so lösen, auf unehrdenehafte Art und Weise, ist mir das völlig egal. Ey, was machst denn du, ey? Drücken die Scheiße, jo. Jetzt, jetzt kriegst du einen Mannstroll. Nee, hier ist wieder so eine dämliche Lücke. Ich komm halt nicht ran hier. Haut drauf. Ausdauer. Ausdauer. Au. Haut drauf, haut drauf. Wir schaffen's. Nein, Ausdauer ist weg. Au, 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 au. Da hab ich nicht geblockt, Leute. Okay, die Ausdauer ist schon wieder im Keller. Oh. Geh doch endlich down, du Scheißfie. Äh, Bogen. Oh. 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 Ach so, Ausdauer ist weg. Geht die Orangmann hoch? Nein, jetzt kommt der Steingolem. Ich werd bescheuert. Leute, das ist jetzt echt nicht witzig. Ah, der Steingolem hilft uns. Guckt mal. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Das ist jetzt wirklich nicht euer Ernst. Das ist jetzt nicht euer Ernst, Leute. Weg. Irgendwie weg. Such hier immer mal einen... Er hat keine Ausdauer. Hilfe. Scheiße. Scheiße, Leute. Scheiße, Leute. Nein, 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 nein. Was ist denn jetzt hier? Warum, warum hängt denn der immer überall fest? Jetzt. Ich treff nicht. Ich treff nicht. Ja. Weg. Lass mich in Ruhe. So, was hat denn die Scheiße jetzt hier gedroppt? Krachenträne. Krachenträne. Meine Nerven sind am Ende. Meine Nerven sind am Ende. Ich muss mich verabschieden. Ich trinke auch keinen Mäht mit euch zusammen. Das machen wir dann nächste Woche. Ich bin total fertig. Mit meinen Nerven. Oh Mann. Alles schief gelaufen, was noch schief gehen kann. Vielen Dank fürs Reingucken, Leute. Wahlheim gibt es dann am Montag wieder. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Ich brauche jetzt eine Beruhigungszigarette. Schön, dass ihr da wart. Und ja, bis denn. Ciao. Ciao.